Man freut sich, man denkt auch, dass man eine gewisse Verantwortung für das Team hat, was auch hinter der Bewerbung steht. Als man ihn dann letztendlich gewinnt, ist das natürlich ein unheimlich schönes Gefühl, eine tolle Erleichterung. Ja, und der Preis ist natürlich für uns, wann sich wir wert. Ein Unternehmen, das 100 Jahre überlebt, das schaut natürlich auch auf die nächsten 100 Jahre. Und das ist eine große Verpflichtung, wenn man so einen Preis im Rücken weiß. Und auch weiß, dass wirklich fachkundige Juroren entschieden haben, dass man sich gut aufgestellt hat, dass man in den letzten Jahren eine gute Arbeit gemacht hat, dass man auch mit einer gewissen Zuversicht in die Zukunft schauen kann. Ist das ein toller Kommentar, eine tolle Wertschätzung, die nicht nur für uns zählt, sondern insbesondere natürlich auch für unsere Mitarbeiter, für die das wahnsinnig wichtig ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.